Hm, ich mag wieder weisen Fußball am liebsten. Hm, stell dir mal vor, wir können einen SV-Spieler verbuddeln und dann käme ein Baum nur mit SV-Spielern. Und die würden für immer hier bei uns im SV spielen. Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Ey, Schiedsrichter! Und das gleiche machen wir mit einem Schiedsrichter. Auf jeden!